Hallo und herzlich willkommen zu den eBV Tipps und Tricks. Mein Name ist Carsten Werner und heute plaudere ich ein bisschen aus dem Schatzkästchen der Lightroom Secrets. Wir dürfen da nicht so laut sprechen, weil das ist wirklich äußerst geheim und ich denke, dass außer ein, zwei Adobe Mitarbeitern kein Mensch dieses Geheimnis kennt. Ja, ganz so ist es natürlich nicht. Es ist schon eigentlich nicht wirklich ein Geheimnis, aber es ist eine Funktion, die ich auch nicht gleich entdeckt habe. Also wo ich eine Zeit lang, ja es hat eine Zeit lang gedauert und irgendwann habe ich sie gefunden und ich finde sie ziemlich cool und deshalb denke ich, zeige ich es euch, damit ihr da nicht so lange suchen müsst. Ich mache jetzt einfach mal hier Lightroom auf. Ich habe hier ein paar Bilder vorbereitet, habe hier schon eins aktiviert, da gehe ich mit ins Entwickeln Modul und hier seht ihr, dass die Rohdatei im, ja sagen wir mal im Original, im Out of Cam Zustand, man sieht es hier, ich habe sie jetzt zurückgesetzt von ein paar Bearbeitungen, die ich schon gemacht habe. Also das ist wirklich eine zurückgesetzte Datei. Hier sind jetzt schon drei Handgriffe als virtuelle Kopie angelegt, man sieht es an der kleinen Ecke hier unten. Hier sind schon drei, vier Handgriffe in Lightroom dran gemacht und so habe ich das dann damals zu, das ist schon eine ältere Sache und das habe ich dann damals zu Photoshop übergeben und das Photoshop Bild sieht dann so aus und das ist das Bild, was er wahrscheinlich von meiner Homepage oder von meiner Facebook Seite so auch kennt. Was ich euch jetzt aber heute hier zeigen möchte, hängt mit den selektiven Retusche Werkzeugen in Lightroom zusammen, das heißt mit dem Retusche Pinsel, mit dem Radialverlaufs Werkzeug und mit dem normalen Verlaufs Werkzeug. So und jetzt geht es auch direkt los. Ich vergrößere mir jetzt hier auf das Auge, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ich arbeite jetzt das Auge ein bisschen raus hier in Lightroom, dazu nehme ich mir den Retusche Pinsel und jetzt kommt vielleicht schon so ein bisschen der kleine, so ein erster kleiner Geheimtipp, den vielleicht viele von euch so noch nicht kennen, weil wenn man mit dem Retusche Pinsel arbeitet, setzt man hier seinen Punkt für die Maske, malt dann die Maske und dann schiebt man hier seine Regler oder hat sie vorher schon geschoben, wie auch immer. Aber es gibt auch hier in Lightroom, wie fast überall, gibt es auch Presets und das steht hier oben, wo das kleine Temp steht mit den zwei kleinen Pfeilen. Immer wenn ihr so zwei kleine Pfeile seht, könnt ihr draufklicken und es gibt eine Auswahl. Jetzt klicke ich einfach mal hier drauf und da steht schon hier, ah, Iris-Optimierung. Was bedeutet, diese Voreinstellung passt schon so ein bisschen, zumindest mal als Start, um hier die Iris ein bisschen aufzuhübschen oder ein bisschen attraktiver zu gestalten. So, jetzt passe ich meinen Pinsel an, das kann ich hier mit der Punkt- und Kommataste machen, also ich kann das entweder hier über den Größenregler oder ihr seht es hier im Dunkeln, wenn ich jetzt die Punkt-Taste drücke, wird es größer, und wenn ich die Kommataste drücke oder gedrückt halte, wird der Pinsel immer kleiner. Und den passe ich mir jetzt so an, dass der hier gerade reinpasst und dann male ich einfach mal hier in dem Auge und gucke, was passiert. Das ist jetzt die Voreinstellung, die Lightroom mitliefert, um die Iris zu optimieren. Ist definitiv, wenn man jetzt das Vorher-Nachher anschaut, definitiv ein Gewinn und würde wahrscheinlich hier auch schon genügen. Aber ich möchte euch jetzt ein bisschen was Neues oder ein bisschen was anderes noch zeigen. Das heißt, wenn euch jetzt dieses Verhältnis, wie hier die Kontraste, und also jetzt ist hier, man sieht es, die Klarheit ist hochgezogen, die Sättigung ist hochgezogen und die Belichtung ist auch ein kleines bisschen hochgezogen. Wenn euch das hier so nicht gefällt, muss man das ja nicht so stehen lassen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier weiterarbeiten. Ich würde jetzt vielleicht die Lichter ein bisschen anheben noch und dafür die Tiefen absenken, dass wir noch so ein bisschen mehr Kontrast reinkriegen. Man kann auch den Kontrast selbst noch ein bisschen anheben, dafür dann auch das Licht wieder ein bisschen steigern. So, die Sättigung ist schon gut. Man kann auch mit der Schärfe noch ein bisschen hochgehen, das ist so richtig... Das Rauschen können wir auch ein bisschen reduzieren. Durch die Schärfe wird es ja so ein kleines bisschen grisselig da im Auge. So, jetzt habe ich die Regler alle noch ein bisschen angepasst, sodass mir das noch besser gefällt. Das Problem, was jetzt hier ist, ist nur, dass es ein bisschen arg ist. Also wenn wir jetzt das Bild auf die Originalgröße zurückbringen, dann sieht es halt nicht mehr nicht echt aus. Ja, das ist einfach zu viel. Das ist too much. So, also gehe ich wieder hier rein in die Größe und sage, was kann ich da jetzt machen? Ja, jetzt habe ich ja hier ein gewisses Verhältnis an Bearbeitungen eingesetzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt genau das, was mir hier so gut gefällt, behalten will, nur schwächer, dann fange ich an und muss hier alle Regler im gleichen Maß irgendwo so ein bisschen zurückregeln, das alles ein bisschen schwächer machen, aber wieder ungefähr den Punkt finden, wie es mir halt gefällt. Und eigentlich finde ich es ja so ganz gut. Das ist mir nur zu stark. Ja, und genau das ist das, was ich irgendwie vermisst habe und jetzt nach Jahren des Entzugs sozusagen gefunden habe. Ihr klappt einfach euer Panel mit den ganzen Einstellungen. Das funktioniert im Pinsel, im Radialfilter und im Verlaufsfilter. Ihr klappt einfach euer Panel ein. Hier ist das kleine Dreieck. Zack. Jetzt wird das Panel klein und ihr habt hier einen Regler, der jetzt auf 71% steht, weil ihr hier den stärksten Ausschlag, den ihr hier von euren Reglern gehabt habt, ist auf 71%. Wenn ich jetzt die Sättigung auf 100% ziehen würde, dann steht mein Gesamtverblassenregler sozusagen auf 100%. Das Gesamtverhältnis, was ich hier geschaffen habe mit meinen Reglern, das kann er ja nicht weiter nach oben steigern, wenn ich mit irgendeinem der Regler schon ganz oben bin. Ja, deshalb kann er im Prinzip jetzt nur dieses Reglerset komplett schieben, bis der Punkt auf 100 ist und bis der niedrigste Punkt hier auf 0 ist. Also genau das kann ich hiermit machen. Das heißt, hiermit kann ich jetzt dieses Verhältnis weiter steigern. Ich kann das noch stärker machen. Ja, oder ich kann einfach ein bisschen damit runtergehen und kann diese Einstellung, die ich vorgenommen habe, jetzt hier ein bisschen verblassen. Das heißt, jetzt gehe ich hier auf 54% anstatt 71% und wenn ich jetzt wieder aufklappe, seht ihr, die Verhältnisse sind genau gleich geblieben, die sind nur nach links gerutscht. Und damit habe ich jetzt aus dem Auge das Auge gemacht und das würde ich jetzt in der Gesamtansicht sagen, das passt. Das ist jetzt nicht ganz so extrem. Man kann es ja auch in der Gesamtansicht nochmal anschauen. Ich gehe nochmal auf 71 hoch. Das war es vorher und das ist es jetzt nachher. So war es um die 50% und schon sieht es viel angenehmer aus. Und das war mein kleiner mega geheimer Super Lightroom Secret Tipp, weil diese Geschichte hier mit dem Panel einklappen und dann das Verblassen der Gesamtregler war eine Sache, die mir einfach gefehlt hat. Ich habe es jetzt erst entdeckt. Ich fand es so cool und so geil, dass ich einfach gedacht habe, das muss ich euch zeigen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere von euch dabei, der das noch nicht gesehen hat und dem ich da ein bisschen was Neues zeigen konnte und ein bisschen helfen konnte. Würde mich freuen. Und wenn ihr zukünftig nichts von meinen Sachen verpassen wollt, dann abonniert mich einfach auf YouTube oder verfolgt mich auf Facebook. Ich bin für jeden Like und für jeden Kommi dankbar. Das gibt mir so ein bisschen das Feedback, ob ich in die richtige Richtung gehe mit meinen Tutorials. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Carsten Werner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.